hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren folge iamalive wir sind jetzt an der medizin box angekommen und haben die schon leer geräumt haben einen kletterhaken gefunden den wir jetzt auch gut hernehmen können und müssen jetzt die medizin mal ein bisschen wo müssen wir denn hin der klein may bring may 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 wie auch immer ich habe jetzt gerade irgendwie gar nicht so eine ahnung wo wir hin müssen ich glaube darüber oder wo ob ich das schaff alles ist auch ausdauer also nein ja wir sind wieder an der box angekommen zu mei zu mei zu mei yo wir springen zu mei zack oh jetzt aber auch fast fast erbräselt muss ich da anders rüber das habe ich hier eine wiederholung gefunden aber da kommen wir nicht hin wir müssen da schon rüber es ist macht schon effekt in gaudi muss ich sagen so hin und her aber keine ahnung muss ich da überhaupt oben entlang kann ich ja nicht hin und herunter zeigt mir das nächste mal hoch hallo ach so hier ja klar ja hier entlang so und da ist der nicht alles koh zack erzer wo sollen wir uns denn festhalten so so So, und jetzt? Oh no, oh no, sag bloß, ich muss da irgendwie... Ich hasse sowas, ich hasse sowas. Na gut. Nee, du solltest dich fallen lassen, mein Hasebär. Okay. Sind wir hier richtig? Nee, da können wir wahrscheinlich... Wir müssen ja schon rüber. Oh, haben wir noch was? Nein, natürlich nicht. Okay, ja, dann stürzen wir ab, dann räumen wir jetzt. Nein! Nein, verdammt! Nein, verdammt! Okay, dann nochmal. Aber ich glaube fast, wir müssen da... Wovon hier kann ich niemals springen? Ja, aber von hier? Mhm. Ähm... Wo muss ich denn da jetzt hin? Nein! Ach komm jetzt! Ach komm jetzt! Das kann doch jetzt nicht sein. Das ist doch... Das ist doch... Ähm... Veräppelung. Auf höchsten Grades. Dann probieren wir es nochmal. Ja, lass dir einfach fallen. Mein Lieber. Jetzt soll ich sie einfach fallen lassen. Ah! Huhu! Wow! Wow! Ah! Wie schön! Haben wir geschafft! Haben wir geschafft! Haben wir geschafft! Ja! So! Der Kletterhaken! So! Der Kletterhaken! Bist du dir da sicher? Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher? Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. So! So! Da wird sich ja auch überhaupt kein Mensch mehr aus... kennen! Wer stimmt denn da so rum? Was ist denn los? Wer war das? Und überhaupt müssen wir lang! Und überhaupt müssen wir lang! Ah! Da oben! Da unten! Ja! Sorry! Wir müssen das jetzt mitnehmen! W-H-O-Tricklösung aufgenommen! Jetzt schauen wir mal zu dir runter! Da unten! Oh! Und wo finde ich das? Wo ist denn dein Arm? Weil wenn deine Kumpel dich einfach so liegen haben lassen... Ich meine, wenn es mehr sind, die hätten das ja aufheben können! Oder nicht? Sie geht das jetzt falsch! Und wo müssen wir jetzt lang? Da unten ist der Staub wieder so... Oh! Ja! Sehr gerne! Over here! Please! Help! Aber wo? Mein Guter! Wo finde ich das? Da ist doch besser! Ja, da ist ja riesig! Ich muss weg, mein Lieber. Ich muss irgendwo hin. Oh, oh, ich wollte eigentlich hoch hüpfen oder versuchen hoch zu hüpfen. Nee, geht wohl nicht. Kann ich hier hoch? Hm. Nee. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau. Ach, oder ich muss da hoch schauen. Ja. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Du musst mir helfen. Ja, nein. Ja. Ich höpfe halt hoch. Ich muss noch ein bisschen rüber, oder wie? Ah. Okay, okay. Okay. Ja. Ja. Ich komme wahrscheinlich jetzt auch nicht weiter. Ich bin gerade so ein klein wenig verwirrt. Und da ist das Ziel, wo ich hin muss, oder? Von hier kann ich niemals springen. Von hier kann ich niemals springen. Hä? Bin ich jetzt blöd, oder was? Und jetzt? Nein, nicht hoch. Ich wollte schon da runter. Oh, Mann. Keine Wiederholung mehr. Neustart vom letzten Speicherpunkt möglich. Okay. Das war jetzt wohl ein Satz mit X. Nein. Das muss ich jetzt noch alles wieder machen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, Mann. Ich glaube, das mache ich eh... Boah, ich musste wieder... Boah, das ist ätzend. Ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge weiter, beziehungsweise... Ich gehe alleine dorthin. Und dann nehme ich wieder auf, weil das müsst ihr ja nicht alles doppelt und einfach anschauen. Bis dann, ciao. Bleib